So, was könnte man jetzt noch Lustiges tun? Wir schreiben uns jetzt hier eine Methode und sagen, private void. Warum private? Ganz einfach, ich sehe keinen Grund, dass irgendeine andere Klasse auf diese Methode zugreifen soll. Ich brauche sie hier und links woanders, deswegen mache ich das auch hier. So, und das nennen wir jetzt mal berechne-frame-dimension. Und genau das wollen wir damit auch machen, indem wir einfach sagen, wir holen uns jetzt, hier haben wir ja zwei int-werte drin, zwei Integerwerte, ganzzahlige Werte, da holen wir uns jetzt zwei Variablen, und zwar vom Typ int, die können auch private sein. Private int, Breite, Komma, Höhe, so. Und wir wollen jetzt, dass hier unsere Breite angegeben wird und unsere Höhe angegeben wird. Und diese wollen wir jetzt hier berechnen. Das geht natürlich nur, wenn wir die vorher benutzen und deswegen können wir hier schon mal sagen, reicht Steuerung Space, berechne-dimensionen vom Frame. Das Ganze hat auch den schönen Vorteil, dass man seine Methoden, wie ihr hier schon seht, mit einem relativ langen Namen ausstatten kann und trotzdem relativ schnell nachher auf diese Methodenbezeichnungen zureifen kann. Es ist trotzdem schön, weil man dann immer wirklich eine Bezeichnung hat, die aussagekräftig ist und mit der man auch arbeiten kann. Wenn man nur mit irgendwelchen Abkürzungen arbeitet, irgendwann wird man ja richtig bescheuert bei der ganzen Geschichte. So. Und das machen wir jetzt nämlich, warum habe ich gesagt, berechne-frame-dimensionen, weil der Frame auch eine Dimension hat. Das ist ein Variablen-Typ, den gibt es in Java und den nehmen wir jetzt auch. Der heißt nämlich Dimension. Ich nenne ihn mal Screen Size, weil es Sinn macht. So ist gleich. Jetzt benötigen wir in irgendeiner Art und Weise Zugriff auf die Systemressourcen und das machen wir einfach mal mit Java. A, W, T, nee, nicht W, T, seien A, W, T. So, und dort, dann nennen wir das Toolkit. Das ist dort. So, get Default Toolkit dot get Screen Size. Hier haben wir es. Das ist ein bisschen versteckt in der ganzen Geschichte, aber hey, jetzt sehen wir hier, das ist wieder unterstrichen, weil es nicht importiert ist. STRG, SHIFT, O. Haben wir gelernt. Funktioniert. So, jetzt haben wir das. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch Folgendes machen. Wir müssen nämlich die Werte dann hier zuweisen. Wir sagen, die Breite, die wir haben. Wir wissen, die Breite ist ein Int. Hier kriegen wir allerdings Double-Werte zum größten Teil. Und deswegen casten wir das Ganze. Das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, wir möchten, dass das ein Int-Wert ist. Und das, was wir machen, ist jetzt Screen Size, unsere Variable von da oben. Punkt Get Width, also ich hätte gerne die Breite von dieser Dimension, die wir dort haben. Also die Klasse Dimension, die wir jetzt hier als komplexen Datentyp benutzen. Also wir sagen ja, Screen Size, unsere Variable Screen Size, ist vom Typ Dimension und hat damit auch alle Methoden von dieser Klasse Dimension. Und da ist eine Get Width, weil es Sinn macht. Gib mir mal von dieser Dimension gerne die Breite. So. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich doof, wenn wir gleich den ganzen Screen ausfüllen und sagen deswegen mal 0.85. Achtung, nicht Komma, sondern Punkt. Hier nehmen wir einfach einen Double-Wert, mit dem wir multiplizieren. Das gleiche machen wir nochmal mit der Höhe. Auch den casten wir. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Nehmt das einfach mal so hin. Ist unsere Screen Size. Get Height. Also gib mir die Höhe. Und da wir uns meistens im 4 zu 3 oder 16 zu 9 oder irgendwas zu irgendwas Verhältnis befinden, machen wir das mal hier. Bloß mal 0.8. Weil, wenn wir weniger Höhe haben, wollen wir auch weniger Höhe abziehen, damit das so ein bisschen proportional bleibt. So. Im Prinzip haben wir jetzt schon alles, was wir brauchen. Ich starte das mal. Und wie ihr seht, haben wir jetzt ein Fenster, was plötzlich die Höhe von, ja, 0.8 von der gesamten Bildschirmausbreitung und 0.85 von der gesamten Bildschirmbreite hat. Also Höhe und Breite. So. Was passiert? Wir starten unseren Frame hier. Unsere Klasse. Der initialisiert diese beiden Variablen. Die übrigens als Default-Wert 0 sind. Bei primitiven Datentypen. Das bedeutet Integer und bei Zahlenwerten halt, also Integerwerte, Longwerte, Floatwerte, alles was mit Zahlen zu tun hat, ist der Grundwert 0, beziehungsweise 0.00 und so weiter. Bei komplexeren Datentypen ist es immer das Null. Also das heißt, dass dort keine Referenz existiert. So werden die erstmal initialisiert. Als nächstes wird der Konstruktor hier aufgerufen. Die sind initialisiert, die haben hier einen Speicherbereich und die haben den Wert 0. Da sind wir jetzt. Jetzt wird dieser Konstruktor hier aufgerufen. Danach führt er erstmal unsere Methode von hier unten aus. Berechne Frame Dimension. Starte das Ganze. Legt sich hier eine Variable an. Vom Typ Dimension. Mit dem Namen Screensize. Das holt sich über das Java-Toolkit die Screensize und weist es unserer Screensize zu. Das sind bei mir die Werte 1920x1080, Full-HD-Gedöns. Und jetzt sagen wir, unsere Intvariable Breite, die ja noch den Wert 0 hat, weisen wir jetzt einen neuen Wert zu, einen Intwert. Das wird so gecastet. Nehmt es, wenn erstmal nur für diese, ja, wirklich nur für diesen Fall da funktioniert ist. Ansonsten müsst ihr euch noch ein bisschen belesen, weil das ist nicht so einfach mit dem Casten von Variablen-Typen oder von Datentypen, weil da kann man ganz schnell mal auf Glatteis geführt werden. Und dann hole ich mir einfach jedenfalls von der Screensize hier meine Weite, mache die ein bisschen kleiner. Das gleiche mache ich mit der Höhe. Und die Werte sitzen jetzt hier in unserer Variable drin. Dann kommen wir in die nächste Zeile. GetContentPlanning. SetDefallCloseOperation. Und dann kommt eigentlich das Interessante. Wir sagen SetSize mit diesen beiden Werten, die wir ja über diese Funktion hier oben, über die Methode, neu geschrieben und gesetzt haben. Und damit passen wir uns automatisch immer an unsere Monitorauflösung an. Dann SetLocationRelativeTo0 bedeutet letztendlich, dass er das in die Mitte des Bildschirms setzt. Wichtig ist vielleicht an dieser Stelle noch, dass man sagt, erst die Größe, dann die Location, weil ansonsten taucht er irgendwo auf, je nachdem, welche Größenwerte der Frame vorher hatte. 0,0 zum Beispiel. Das bedeutet, dann sitzt er hier unten irgendwo. Hier so. Also kann ich jetzt hier nicht zeigen. Gut. Joa, die anderen Sachen sind klar. Und ich denke mal, da haben wir auch wieder was gelernt. Wir können auch nochmal folgendes machen. Wir können uns das nochmal, die eigentliche Monitorauflösung, nämlich diese Variable ScreenSize, hier auch mal ausgeben lassen. Ja. Mit einem System-Out-Printline. Das mache ich jetzt nicht, weil es Sinn macht, sondern weil ich nochmal ganz kurz auf dieses System-Out-Printline zu sprechen kommen will. nochmal anschließend, das geht nämlich auch in Schnellschreibweise, indem man das da schreibt, Sys-Out. Und jetzt drücken wir wieder, Besteuerung und die Leertaste. Und schon sind wir in der Klammer von System-Out-Printline. Und ich kann jetzt sagen, hier meine ScreenSize einmal ausgeben. Wir starten das nochmal. Und wir sehen jetzt hier, Java, AWT, Dimension, Wid, 1920, Height, 1080.